Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und es fragt ihn der Landpfleger und sagt, Du bist der König der Juden? Jesus aber entgegnete ihm, Du sagst es! Und da er verklagt war von den Priesterfürsten und Ältesten, antwortete er nichts. Dann sagt Pilatus zu ihm, Du hörst nicht, wie vieles sie gegen dich zeugen. Und er antwortete ihm auch nicht auf einen einzigen Ausspruch, sodass der Landpfleger sehr erstaunt ist. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger die Gewohnheit, der Schar einen Häftling loszulassen, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen verrufenen Häftling, benannt Barabbas. Da sie sich nun versammelt hatten, sagte Pilatus zu ihnen, Welchen wollt ihr, dass ich euch loslasse, Barabbas oder Jesus, der benannt wird Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Da er aber auf der Richterbühne saß, schickte zu ihm sein Weib und sagte, Nichts sei zwischen dir und jenem Gerechten, denn vieles litt ich heute im Traumgesicht um seinetwillen. Die Priesterfürsten aber und Ältesten überredeten die Scharen, dass sie sollten den Barabbas erbitten, aber Jesus umbringen. Als Antwort aber sagte der Landpfleger zu ihnen, Welchen wollt ihr von den Zweien, dass ich euch loslasse? Sie aber sagten, den Barabbas, sagt Pilatus zu ihnen, Was soll ich nun tun mit Jesus, der benannt wird Christus? Sie sagen alle, gekreuzigt werde er. Der Landpfleger aber entgegnet, Was tut er denn Übles? Sie aber schrien übermäßig und sagten, Gekreuzigt werde er. Da aber Pilatus gewahrte, dass es nichts nützt, sondern um so mehr Tumult wird, nahm er Wasser und wusch die Hände ab vor der Schar und sagte, Unschuldig bin ich am Blute dieses Gerechten, sehet ihr dazu. Und als Antwort sagte das gesamte Volk, Sein Blut sei auf uns und unseren Kindern. Dann ließ er ihnen den Barabbas los. Jesum aber ließ er peitschen und überlieferte ihn, dass er gekreuzigt werde. Dann nahmen die Krieger des Landpflegers Jesum mit in das Praetorium und versammelten die ganze Truppe um ihn und zogen ihn aus und legten einen scharlachenden Mantel um ihn und flochten ein Kranz aus Dornen und setzten ihn auf sein Haupt und ein Rohr in seine Rechte und fielen vor ihm auf die Knie, höhnten ihn und sagten, Freue dich, König der Juden! Und auf ihn spuckend nahmen sie das Rohr und schlugen auf sein Haupt. Und als sie ihn verhöhnt hatten, zogen sie ihn den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, ihn zu kreuzigen. Da sie aber hinauskam, fanden sie einen Menschen, ein Kirönier namens Simon. Diesen zwang sie, dass er sein Kreuz aufnehme. Und da sie gekommen zur Stätte, die da heißt Golgatha, welche geheißen ist Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er geschmeckt hat, will er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das los. Und sie saßen und hüteten ihn dort. Und sie setzten seine Schuld, geschrieben oben über sein Haupt. Dies ist Jesus, der König der Juden! Dann werden zwei Wegelagerer mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorbeiging, lästerten ihn, schüttelten ihre Häupter und sagten, der du abbrichst den Tempel und in drei Tagen baust, rette dich selber. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuze. Gleicherweise höhnten auch die Priesterfürsten mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten, andere rettet er, sich selber kann er nicht retten. Ist er der König von Israel, so steige er nun herab vom Kreuz und glauben werden wir an ihn. Er vertraut auf Gott, der berge ihn nun, wenn er ihn will. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Aber mit demselben schmieden ihn auch die Wegelagerer, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde aber ward Finsternis über das gesamte Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Dies ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber von denen, die dort standen, sagten, da sie es hörten, den Elias ruft dieser. Und geradewegs lief einer von ihnen und nahm ein Schwamm, füllte ihn auch mit Essig, legte ihn um ein Rohr und tränkte ihn. Die übrigen aber sagten, lass sein, mögen wir gewahren, ob Elias kommt und ihn rettet. Ein anderer aber nahm eine Langspitze und durchbohrte seine Seite und heraus kam Wasser und Blut. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und entließ den Geist. Und siehe, der Vorhang des Tempels war zerrissen in zwei Teile, von oben bis unten, und die Erde bebte, und die Felsen wurden gespalten und die Gräber aufgetan. Und viele Körper der schlummernden Heiligen erwachten und kamen heraus aus den Gräbern nach seiner Auferweckung und kamen hinein in die heilige Stadt und erschienen vielen. Der Hauptmann aber und die mit ihm, die Jesus hüteten, da sie gewahrten das Erdbeben und was da geschah, fürchteten sie sich gar sehr und sagten, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber auch dort viele Frauen, von Ferne zuschauend, welche Jesu folgten von Galiläa, ihm dienend, unter welchen war Maria, die Magdalenerin, und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedois. Da es aber Abend ward, kam ein reicher Mensch von Arimatia, namens Josef, der auch selber ein Jünger Jesu wurde. Dieser kam zu Pilatus und bat um den Körper Jesu. Dann befahl Pilatus, ihm den Körper herzugeben. Und Josef nahm den Körper, faltete um ihn eine reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er hat, in den Felsen gehauen. Und er wälzte herzu einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Miriam, aber die Magdalenerin, war dort und die andere Maria sitzen vor der Gruft. Am Morgen aber, der nach dem Vorbereitungstag ist, waren die Priesterfürsten und Pharisäer mit Pilatus versammelt und sagten, Herr, wir erinnern uns, dass jener Irreführer sagte, da er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferweckt, Befiel nun, die Gruft zu sichern bis zum dritten Tage, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volke sagen, er ward vor den Toten auferweckt und der letzte Irrtum ärger werde als der erste. Pilatus aber entgegnete ihnen, ihr habt die Wache, gehet hin, sichert es, so gut wie ihr wisst. Sie aber gingen hin und sicherten die Gruft und versiegelten den Stein mit der Wache. Es war aber der Abend der Sabbate. Da es nun dämmert, zu einem der Sabbattage kam Maria, die Magdalenerin, und die andere Maria, anzuschauen die Gruft. Und siehe, es ward ein großes Erdbeben, denn ein Bote des Herrn, der herabstieg aus dem Himmel und herzukam, wälzte den Stein weg von der Tür und setzte sich oben auf ihn. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Anzug weiß als wie Schnee. Aus Furcht vor ihm aber bebten die Hüter und wurden wie Tote. Als Antwort aber sagte der Bote zu den Frauen, Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesum den Gekreuzigten sucht. Nicht hier ist er, denn er ward auferweckt, so wie er gesagt hat. Herzu, gewahret die Städte, wo der Herr lag, und geht schnell und saget seinen Jüngern, er ward auferweckt von den Toten. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich sagte es euch. Und sie gingen schnell davon vom Grabe mit Furcht und großer Freude und liefen, es zu verkünden seinen Jüngern. Wie sie aber gingen, es zu verkünden seinen Jüngern, siehe, auch da begegnete ihnen Jesus und sagte, Freuet euch. Siehe aber kamen herzu, fassten seine Füße und beteten an vor ihm. Dann sagt Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht, gehet hin, verkündet es meinen Brüdern, auf dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den Priesterfürsten sämtliches, was da geschah. Und da sie versammelt waren mit den Ältesten, hielten sie auch eine Beratung, gaben Silberstücke genug den Kriegern und sagten, Saget, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, da wir im Schlummer lagen, und so dies von dem Landpfleger gehört wird, werden wir ihn überreden und machen, dass ihr unbesorgt sein könnt. Sie aber nahmen die Silberstücke und taten, so wie man sie lehrte, und dies Wort wird ausgesprengt bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus es ihnen anordnet, und ihn gewahrend beteten sie an vor ihm, aber sie zauderten. Und herzukommend sprach Jesus zu ihnen und sagte, Mir ward gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Indem ihr nun hingeht, machet zu Jüngern alle die Nationen, sie taufend in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehren zu halten alles, so viel, als ich euch gebiete. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Abschluss des Äons. Amen. Sei achtsam. Du bist ein Verwalter des Talers, der dir zugewiesen wurde. Deine Ausgaben sind eine Reflexionsfläche, die offenbart, woran dein Herz hängt. Sei wachsam. Gaukler, Händler und Schauspieler können dich vom geraden Weg abbringen. Vielen Dank für den Rat. Du bist ein Engel in der Not. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und schüphel, Und schüphel, wohl. Ich bin mit euch. ich bin mit euch. Vielen Dank.